...ein, auch keine langen Bälle im Repertoire, noch einmal Zentrum, Platze, legt ab, das ist die Toast, Akinate und Tor! In allerletzter Sekunde! Das Blöcke entsetzen! Was ist das für ein Spiel, was ist das für eine Aktion? Und das war die Aktion, und wer war da jetzt eigentlich, jetzt wird es ein Sampein? War das Dreh Karlsson? Nochmal ganz in Ruhe! Eine kurze Kombination, toll an die Latte, und dann Dreh Karlsson das Ding wegköpfen! Und köpft ihn ins eigene Tor, sowas habe ich noch überhaupt nicht gesehen! Die kleinen Mütter den Atem von Platzen im Backen! Aber dann...